Oh! Oh! Guck mal! Guck mal! Guck mal runter hier! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ey! Ignorier mich nicht! Hörst du mich? Ja, in der Tat, das tue ich. Okay. Guck mal, guck mal! Was ist das denn? Das sind diese Wasseracetol? Aztlot? Ja, die, die. Aztlotl? Viel angenehmer. Hey, es ist hell draußen. Hallo Welt! Ich geh ein bisschen Holz sammeln. Okay. Die erste Baum ist schon fertig. Wachsen. Den hacke ich gleich mal komplett weg. Können wir eigentlich hier unser Haus hinbauen? Oder willst du weiterziehen? Weiß ich so gar nicht. Mir wäre es fast schon egal. Hey, hast du ein Pfeil abgewehrt? Ja. Geil. Ist hier nur in der Archive und will gucken, wo du stehst. Ein Jungle Tempel war cool. Oh ja, schon. Oh ja, schon. Boah, was halt auch früher mal schön war bei den Mod Packs. Du hattest dann plötzlich, äh... Hattest du dann, 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 dann... Wo wollte ich hinaus? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah ja, hattest du die Portal Gun. Und dann konntest du so richtig schön dann diese Mop Spawner dann immer mitnehmen. Hat es dann so schöne, äh... Monster Fall, Monster Loot. Und alles. Oh, hier kann man ja so eine, so eine Skyblock Monster Falle ja fast schon mitmachen. Obwohl ich spawnen eigentlich so viele, weil die ja überall anders Platz haben zum Spawnen. Papagei! Oh mein Gott. Das gibt's ja auch noch. Ja. Es gibt auch Pandas. Ja, das... Ich weiß nicht, wie lange es sie schon gibt. Ja, mit den Papageien kamen die. Echt? Oh. Ja. Wie gesagt, ich hab schon wirklich ewig nicht mal in Minecraft reingeschaut. Letztes Mal war, glaube ich, zehnte Klasse. Ja. Treppe? Oder so? Yeah! Ops. Yeah! Woohoo! Come on! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, nein, nein! Komm' her! Komm' her! Komm her! Geht doch! Oh! Ich dachte mit dem nicht rennen! Oh! Komm her! Alter! Mitkomm! Sinn, die Sonne geht unter. Ich hab ein Problem! Mein Papagei ist dumm. Ich bin jetzt auch noch. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Als ob. Lol. Was denn? Der hat in einer von diesen großen Bäumen gewachsen und hat aber die ganzen Erdboden verändert. Ja, ja, das ist normal. Das ist normal? Ja, das hat eine Chance, dass das passieren kann. Oh, okay, nice. Weil genau diesen Boden brauche ich noch für meinen Palazzo dann. Ja. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Kommen Sie rein! Ich bin stolz auf dich, Lynn. Mein Papagei. Ich bin aber geil. Unser Azo-Lotel ist daneben. Hast du einen Wassereimer? Natürlich nicht. Gut. Ähm, ich hab das mal bei einem gesehen. Und wo noch Laber? Nein, nein, nein. Äh, nein. Das musste, glaub ich, so? Dann hat er jetzt, glaub ich, da so drin. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Nein. Äh. Äh. Ich weiß nicht mehr, wie er es ganz gemacht hat. Lasst mich noch experimentieren. Ja, ja, wir haben Zeit. Ähm. So. Dann. Ja. Jetzt schon. Yeah. Nein! Das üben wir nochmal. Ich hab Lava! Warte, warte, warte. So. Ich komm gleich wieder, ich lass dich mal rum experimentieren. Was? Der kam von oben angesprungen. What the fuck? Ich hab den Creeper nie hinter mir landen hören und an Boots. Der ist von oben runter gefallen. Ja, aber du bist jetzt tot. Ich weiß, dass ich zugekommen bin. Sie haben nicht die Dinger, damit ich das spawnen kann. Das ist mir klar. Oh, du Idiot. Was kann ich dafür, wenn ein Creeper von oben und ein Kamikaze den Griff von oben macht? Immer nach oben gucken. Hab ich gerade gemacht tatsächlich, okay? Aber er kam halt hinter mir runter. Was machen wir jetzt? Weitwischen an. Und ich trocke dich. Falsch. So. Äh. Falsch. Äh. Kannst du auch zu Leute übrigens haben? Wo haben die das denn? Wo haben die die... Glowberries? Äh. Äh. Muss ich das jetzt ernsthaft noch kraften? Äh. 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 2, 3, 4. Äh. Eine Schalkerbox. Ein... Totem of Undying. Äh. Totem of Undying. Äh. Äh. See. Äh. 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 Ich hab Gias gefunden. Hey, jetzt hör auf da alles zu, äh, cheaten. Ich bin nicht, ich flieg einfach nur rum. Aber ich weiß nicht mal wie man da hinkommt, das werd ich mir nie merken. Äh. War das alles? Ne, der Stern. Äh. Äh. Lass ich mal hier... Ne, ne, ne. Der war... Da. Äh. Oh, was ist denn hier grad passiert? Ich hab dich wiederbelebt. So. Äh. Krieg ich das jetzt mal in meine Sachen, oder was? Ja. Und diesmal... Pass auf! Oh, die hat mich einfach geschlagen! Voll leiser. Ne. Oh, dieser Stein klingt so komisch. True, true, das tut er. Hm. Warte, hier. Wo bist du? Heususe? Da. Weil ich dich geschlagen hab, wird's geblutet. Okay, das bleibt aber jetzt immer da. Lass es da! Lass es da! Lass es da! Lass es da! Aber ich hab dich nicht hier geschlagen, ich hab dich hier vorne geschlagen, da. Okay, dann muss es da hin. Dann bleibt es da! Willst du ein Schild bei euch hinschreiben? Lin hat mich geschlagen, mein Blut! Ja, Mann. Ich brauche noch einen Zaun drumherum. Ah! Du machst eine Glaskuppel! Ja. What the fuck? Die hat nämlich geschlagen, als Erinnerung. Äh, ich muss auch eben... Game rule... Ähm... Mob... Griefing... False. Ich will nicht, dass Creeper, wenn die explodieren, mir Blöcke Schaden machen. Wieviel Spitzhacken hast du noch, Eisen? Eine. Okay, mach ich dir eben noch eine. Ups. Da. Danke. Das weg. Das immer mitnehmen. Ein Stack Blöcke. Genug Essen. Ach. Auf geht's in die Nähter. Eigentlich komplett dumm. Jetzt das schon zu machen. Aber scheiß drauf. Der Sterbenden war's. Niemals. Hier wurde ich, Jotek, von Lin geschlagen. Ich will eigentlich nur auf niederträchtliche Art und Weise hinschreiben, aber hat nicht mehr draufgefasst. Super. Super. Bist du denn einfach Kamikaze-Angriff gemacht? Was? Wo hat er geschrien, ey? Oh. Schick. Oh. Hier bin ich ja noch nie gewesen, actually. In dem Biom. Hm? Ein Nähterpilz. Kann man den essen? Äh. Die werden interessant. Wir werden demnächst auf Schulkern reiten wollen. Okay. Schau mal. Hier ist Quaaaz. Ja. Schön. Ich such grad eher Gold. Ist doch egal, wenn man Quaaz haben kann. Ich nehm' ein bisschen von dem Holz mit. Ich nehm' ein bisschen von dem Holz mit. Einfach damit wir hier im Nähter auch krafteln können. Das kann man sich sicherlich ein ziemlich cooles Haus basteln. Das muss ich mal ausprobieren. Was sind das hier für Leuchte-Dinger? Wie das baut man den ab? Äh. Kannst du auch, glaub ich, irgendwie Leuchte-Bilderrahmen und so machen, wenn ich das vorhin richtig gesehen hab. Ja, dann leuchtet der, oder? Ja, alles so ne etwas andere Textur hast du. Komisch. Ich komme durch. Hier ist einer bei mir gespawnt. Hier ist einer bei mir gespawnt. Ja? Da stehst grad. Tadaa! Hat der getroppt? Nö. So. Wo war der andere? Hier oben irgendwo, ne? Ja. Ja, da hinten steht er noch. Mhm. Ja, da hinten steht er noch. Oua! Ehh, was hat mich dir grad Schaden gemacht? ich bin rausgeflogen ok dann ist echt mal schauen warum das so instabil ist komisch vielleicht muss ich ja doch ein dings kaufen und server auf die einen hinter dir schlag mit drauf mobbing kreis auch noch oben Nein, 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 nein. Da hoch. So, und zurück. Da ist wie ein Enderman. Ganz viele Enderman. Die wollen alle keine Perle drücken. Hey, du hast mein Boot. Ein Boot? Hier ist ein Boot. Jetzt ein Strider wäre schön, aber wir haben noch keine Angeln. Das ist schön. Guck. 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 der picken greift auch das vier wenn du runter springst ich weiß nicht wo du bist versuchen das boot zu landen rechts geht aufs boot ich bin das war das schweinchen rein Hey! Komm her, du scheiße. So, weg. Noch irgendwo Gold, irgendwo eine Festung, irgendwo Leben.